Hallo liebe Interessenten, hier ist der Ricardo und ich bin der Tom. Wir haben eine Finca über Finca Jorca gebucht, sind jetzt quasi kurz vorm Ende. Wir waren sieben Tage hier mit der ganzen Familie, haben den 60. Geburtstag gefeiert, war das erste Mal und wir sind absolut begeistert. Die Finca macht einen wirklich tollen Eindruck, ist sehr sehr neu gebaut, wirklich sehr komfortabel, ausgestattet. Auf den ersten Blick ein echtes Wow-Objekt und ihr findet hier alles was ihr benötigt. Ihr habt bequeme Betten, ihr habt eine super ausgestattete Küche, ihr habt Platz für acht bis neun Personen und das Wichtigste, das Herzstück der Finca, einen wirklich ganz ganz tollen großen Pool mit tollem Blick über Santa Magalida. Also dieser Ort ist wirklich absolut zum entspannen geeignet und sich hier, um sich hier eine tolle Zeit zu machen. Sehr sehr schön. Tom, was hat dir besonders gut gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen, dass der Strand, Blanadimo, nur zehn Minuten entfernt ist von hier, dass man von der Terrasse oben einen sehr sehr schönen Blick hat, wie abends und auch nachts auf Santa Magalida und auch aus dem Pool hat man einen sehr sehr schönen Blick auf die Kirche von Santa Magalida, die ist nämlich nachts beleuchtet und ebenfalls der Pool ist auch beleuchtet, wenn man nämlich dann shoppen war in der Stadt als Beispiel und kommt nach Hause, kann man im Pool mega schön entspannen. Ja, also wirklich sehr sehr cool, wenn Mallorca, dann eine Finca. Das ist einfach das typisch mallorquinische, der echte mallorquinische Lebensstil und gern auch über Finca Mallorca buchen und nicht bieten. Wir waren sehr sehr zufrieden und können das auf jeden Fall absolut weiterempfehlen. Viel Spaß dabei und einen schönen Urlaub. Finca Mallorca. Urlaub dir was.